Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, mein Name ist die Außenkriptografie. Die erste Nachricht heute ist keine gute und zwar Zero Weeks. Zero Weeks ist ein Protokoll, das ich damals auch bei meiner Berlin-Reise, letztes Jahr, glaube ich war das, kennengelernt habe. Ist ein natives Landing-Protokoll auf Polygon, ja auch mit Unterstützung vom Polygon-Ecosystem zusammen aufgestellt und hat auch einiges an Audit hinter sich gehabt, aber, und jetzt ist das eben das Aber, die haben seit dem ursprünglichen Audit und auch seit der letzten Entwicklung einiges an neuen Assets dazugekommen. Und da ist eben das Problem, also die Assets, mit denen sowas ursprünglich natürlich geauditet wird, die sind natürlich in der Regel sehr große Assets, ja und große Assets, die haben immer in der Regel immer mehreren Oracles oder auch Datenbezugsquellen, so in der Richtung. So und jetzt ist genauso wie bei den anderen Protokollen, die auch hier erwähnt worden sind, ja nämlich hier, ist es das Problem, dass wenn man Assets dazu nimmt, die kein, sag ich mal, ursprüngliche Oracle wie Chainlink oder Unitop haben, dann wird oft in der Regel an der lokalen Stelle nach dem Tokenanzahl, ja da gibt es diese Funktion Balance auf, berechnet, wie viele Token gibt es in dem Pool und mit, weil wir haben ja in diesem Fall Constant Product, also x mal y gleich k, ja und daraus basierend praktisch der Preis errechnet und somit konnte eben der Hacker, ja dieses neue Asset, nämlich diese VGHST, also VGhost von Avogadrochi oder so, ja das ist so ein gestekter Token in einem Vault und, ja das ist klar, DeFi Lego macht Spaß, ja, solange es Spaß macht, nämlich wenn man alles auseinander baut, ja man hat mehr Composibility, also mehr Zusammenarbeit Möglichkeit, ja und natürlich auch mehr Rendite in der Regel und das ist natürlich schön spannend, aber, ne, wenn man sich zu weit hinaus gibt, wo es dann keine Absicherung mehr gibt, kann natürlich sowas passieren, wenn man sich nicht vorher abgesichert hat. Das heißt, der Hacker hat an der Stelle einfach diesen Fakt ausgenutzt, dass diese VGHST kein Oracle-Daten hat, sondern, ne, lokal praktisch der Preis, der Preis anhand des Tokenanzahls in dem Pool berechnet wird und den hat er eben über den Flash-Loan manipuliert und ständig, also das sind 80 und 90 Transaktionen, also unter Transaktionen in eine Transaktion drin, das könnt ihr auch anhand dieser riesigen Grafik hier sehen und dadurch hat er eben 2 Millionen von, an der Stelle von Zero Wix geklaut gestern, ja. Schade an der Stelle für das Protokoll, ich gehe aber davon aus, dass sie sich schnell, relativ schnell erholen werden, weil 2 Millionen ist immerhin keine riesige Zahl und die haben auch schon den Hacker an der Stelle angeschrieben und auch mit diversen anderen zusammengearbeitet, um praktisch an der Stelle, ja, zu versuchen, das Geld zurückzubekommen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Denkt dran, ja, heute ist wieder Samstag und Samstag heißt bei uns, ja, im Crypto-Café, immer so gegen 20.30 Uhr, Pi mal Daumen, ja, fangen wir mit einer Talkrunde an, das ist sowieso ein Stammtisch, ja. Jeder ist dort willkommen, sich einfach mal, ne, dazu zu setzen, das findet bei uns im Discord statt, da gibt es einen Tonkanal, ganz links, relativ weit unten, im unteren Drittel und da könnt ihr einfach hingehen, ihr müsst auch nicht sagen, ja, jeder ist, wie gesagt, dazu herzlich eingeladen, ihr könnt einfach nur zuhören, aber wenn ihr was sagen wollt, einfach da reinquetschen, das ist kein Problem und vor allem das Thema, ja, ist noch nicht mal kryptonativ, sondern es geht um alles, ja, und es wird auch nicht verboten, irgendwas zu sagen, ja, irgendeine Meinung, es ist eine ganz lockere Stammtischrunde und jeder, wie gesagt, dazu herzlich eingeladen. Und der zweite Punkt, denkt dran, ja, die Coachings, die ich euch anbiete, da werde ich in Zukunft tatsächlich ein bisschen zurückfahren, ja, weil die Menge, die aktuell tatsächlich angestanden hat, jetzt nach meinem Urlaub und auch vor dem Urlaub, also praktisch fünf, sechs Coachings in der Woche, das ist aus meiner Sicht etwas, ja, übertrieben viel, weil, ne, ihr seht ja aktuell, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr wenig DeFi-Research gemacht, weil, wenn ich mich auf diesen Coachings vorbereite und dort entsprechend auch die Material untersuche und so weiter, habe ich relativ wenig Zeit zusätzlich, ja, ich mache ja auch noch Vollzeitjob nebenbei, ne, zusätzlich das auch noch zu untersuchen. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich auf zwei oder drei Coachings pro Woche begrenzen, ja, denkt dran, diese Coachings sind individuell auf euch zugeschnitten, ja, es ist also keine Massenware, wie ihr aus dem Discounter sowas bekommt, sondern, ne, wir machen mal ein Vorgespräch, ja, da spreche ich mit euch ab, was ihr kennt, was ihr wisst schon bislang, wo ihr hin hier wollt, ja, was sind eure Risikobereitschaft und so weiter und Zeit einsetze, was ihr, ne, dabei steuern könnt für eure Krypto-Investition und entsprechend passe ich dann Inhalte auf euch ab. Und wenn ihr da Interesse dran habt, ne, einfach mich anschreiben an der Stelle per Twitter oder per E-Mail oder einfach im Discord anfragen. Ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben aktuell einiges, ja, also ursprünglich war natürlich nur das Unisoft V3, ne, das original konzentrierte Liquiditätsmodell und später, weil das natürlich so erfolgreich war, ja, aber mit diesem Lizenzmodell gearbeitet hat, haben einige Leute, ja, die sehr ziemlich schlau waren, zum Beispiel unter anderem von Kyber, ja, das Ganze einfach selbst nachimplementiert. Und zum Beispiel gleichzeitig auch auf Trader Joe, die haben ein eigenes Modell mit diesen Liquidity Bins, ja, umgesetzt. Also ich habe selbst auch schon seit ein paar Wochen mit Liquidity Bins rumgespielt. Das ist, was das Verständnis angeht, noch ein bisschen schwieriger, ja, weil man da eben, ne, mit diesen einzelnen Säulen arbeitet und die Säulen an der Stelle nicht gleichmäßig ist, wie bei Uniswap, vor allem, wenn man mit der Position reingeht, ja, am Anfang fragt man sich, hä, warum, ja, wie viel Geld muss ich da reingeben, wenn man natürlich ein Uniswap übrigens gewohnt ist. Und mittlerweile gibt es dann auch noch zwei andere, auch die, der eine ist natürlich die Crypto-Argel, also Argel-Gebra, die stellen praktisch die Infrastruktur bereit, die von sehr vielen auch anderen, sag ich mal, konstrierte Liquiditätsmodelle genutzt wird, unter anderem zum Beispiel aus Cyberswap, ja, auf Arbitrum. Und das andere, das, worauf ich vor ein paar Tagen gestoßen bin, ist in diesem Math, ja, Maverick ist, äh, tatsächlich müsst ihr, kann ich euch empfehlen, ist selbst ein Liquiditätsprovider-Protokoll, ja, und an der Stelle haben die eben so eine Mischung aus Trader Joe und Uniswap gemacht. Aber ich finde, was ich super gut finde an der Stelle, ist eben die Oberfläche, ja, vor allem, dass man diese einzelnen Bins hin und her ziehen kann, ja, in der Höhe, und da man direkt sehen kann, okay, wie viel Geld habe ich das, ne, dort wirklich reingeparkt, das praktisch, was bei Trader Joe ist, in den Bins, ja, also links und rechts, jeweils nur eins, Single-Sided-Liquidity, aber in der mittleren Bin, ja, beides drin, aber das haben die so eine supergut gelöst, kann ich sagen. Und, ähm, die haben aber auch viele andere Features, so eine automatische Anpassung, ja, automatische Anpassung des Preises, entsprechend, wenn der Preis aus dem Range rausgelaufen ist, also, das, ne, muss ich erwarten, sowas mit, äh, mit Vorsicht zu genießen, ja, denn sowas kann sehr, sehr schnell die Imperman Loss extrem nach oben schießen, ja, vor allem, wenn der Preis, ne, stock, äh, mäßig, also, stockwerkmäßig nach oben schießt und dabei einen kurzen Rücksetzer macht, da könnt ihr super viel Imperman Loss mitnehmen und da muss man vorsichtig, äh, mit umgehen, diesen, ähm, Trailing, das ist so wie Trailing Stop Loss mäßig, nur vorauslaufend. Und, ja, guckt es euch an und kommen wir zum nächsten Optimism Bedrock, ja, ist ein großes Update, so ähnlich wie, äh, kann man es beschreiben wie der Arbitrum Nitro Update, aber das Bedrock bezieht sich nicht auf die Performance, sondern auf die Infrastruktur, ja, mit dem Bedrock Update soll die Möglichkeit geschaffen werden, ja, die werden selbst auch danach später umstellen, nach der Testphase, nämlich das Optimism an der Stelle und alle, natürlich alle anderen, die auch auf diesem OP-Stack aufbauen, sorry, auch Base, ja, basiert ja auch auf dem OP-Stack. OP-Stack ist einfach eine komplette Infrastruktur von A bis Z, kann jeder einfach nehmen, so wie, sorry, das Cosmos SDK, ja, und da drauf eine eigene Chain drauf bauen. Und, äh, mit dem Bedrock kann man eben jederzeit dieses Konsensus, also nicht dieses Konsensus, aber den Roll-Up-Mechanismus, ja, was aktuell noch auf Optimistic Roll-Up basiert, gegen jede anderen, ne, um austauschen, ob das CK ist oder Validium oder sonst was, ja. Ist natürlich eine super Sache, weil nicht jedes, ne, Roll-Up-Chain, die da drauf basiert, braucht die gleichen, ähm, Bedingungen oder Konditionen der Geschwindigkeit und sonst was, ja. Und, äh, das ist auf jeden Fall ein großer Upgrade. Die haben jetzt einen Feature-Stop, das heißt ein Freeze, das heißt, der Code wird an der Stelle nicht mehr wirklich weiter, äh, gearbeitet, wenn dann natürlich während des Testens noch kleine Fehler entdeckt werden, werden die natürlich behoben, ja, aber infrastrukturmäßig an dem Code wird nichts mehr Neues gearbeitet, werden keine Funktionen mehr hinzugefügt oder entfernt und so weiter und so fort. Und nach diesen zwei Wochen Testphase, das, äh, fing gestern an, ja, wird noch, wird dann bekannt gegeben, wann das tatsächlich ausgerollt wird, mit einer Vorlaufzeit von drei bis vier Wochen. Ähm, ja, das ist, äh, bei Optimism. Wir kommen zum nächsten in Hongkong, ja, ähm, wo habe ich auch in den News vor ein paar Monaten berichtet, haben die angekündigt, zum 1.6. diese Legalisierung, aber nicht Legalisierung, ja, aber in dem Sinne, dass der Besitz von Krypto für jeden einzelnen Retailer auch erlaubt ist, ja, ich, ich habe da nach meiner China-Reise auch schon darüber berichtet, dass ich davon ausgehe, weil auf Mainline China ist zum Beispiel immer noch Krypto verboten und, ähm, dass ich, äh, da drin praktisch so, ja, Hongkong kann man wie so, wie so eine Petrischale sehen, ja, wo China so seine, ne, Testläufe drin lässt und dann, wenn es gut funktioniert, wird es vielleicht noch auf Hongkong, äh, auf Makao und dann natürlich auch auf Kanton und so Spezialbereiche vielleicht ausgedehnt, ja, und wenn es dann auch gut läuft, dann wird es vielleicht sogar auf das ganze Land auch, ähm, umgesetzt. Und das wäre natürlich super positiv, vor allem mit dem Hintergrund, dass die USA natürlich, ne, aktuell ziemlich, äh, diese Crackdown auf Krypto macht und, ähm, ja, mal schauen, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall haben dort die Regulatoren nochmal die Banken, die dort anzeig sind, daran erinnert, es ist nicht verboten, ja, Kryptos, äh, zu handeln und vor allem zu besitzen und, äh, ja, das ist, äh, natürlich die Sache. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben, ähm, zeichnet sich langsam einen ziemlichen Trend ab, ja, nämlich, äh, wie viel unstaked wird und wie viel gestaked wird, ja. Und die Staking sind natürlich, ja, in der Überzahl, das ist natürlich die kumulative Zahl, ja, nichtsdestotrotz, äh, man sieht an dem, äh, schwarzen Bereich, das ist praktisch insgesamt, ja, die Summe, alle seit dem, ne, äh, seit dem Unstaking Upgrade, also, äh, Schapea, ähm, wie viele insgesamt dazugekommen sind, die gestaked haben und wie viele insgesamt rausgegangen sind aus dem System, ja. Normalerweise, äh, ist natürlich so, dass theoretisch die, die unstaked haben, ja, nicht die Notwendigkeit haben, ja, direkt wieder zu skaten, aber man hat schon vorher vermutet, dass ja viele, ja, zum Beispiel wechseln würden, einerseits, ja, von zentralisierten auf andere zentralisierten, aber, dass auch viele von zentralisierten in die dezentralisierten, also LSD-Lösungen, vor allem, ja, wie bei Lido und Co., ja, wechseln würden und das zeichnet sich tatsächlich jetzt auch mittlerweile dann, ähm, ab, so wie das ist. Ja, kommen wir zum nächsten, kommen, äh, ist auch um Staking, aber diesmal geht es um Rocket Pool, ja, Rocket Pool ist zum Beispiel eines der, äh, sehr, sehr, ja, ja, prominenten Lösungen neben Lido, weil es nicht zentralisiert ist, so wie bei Lido, ja, sondern dezentralisiert. Jeder kann zu Hause mit seinem eigenen PC, ihr braucht noch nicht mal einen Gaming-PC oder so, ja, sondern einen ganz normalen, alten Desktop-Rechner mit einer i3 oder i5 drin, würde schon komplett reichen, sogar, sogar mit, äh, Raspberry, ja, könnte man das betreiben, theoretisch, und, ähm, die haben, ja, ne, mit dem Atlas-Upgrade ermöglicht, dass man mit, statt 16 mit 8 Is staked und das hat nämlich dazu geführt, dass plötzlich sehr, sehr viele, ja, Pools da waren, die bereit waren, frische Is aufzunehmen, ja, von Leuten, die nicht selber Node laufen lassen wollen und das sieht man auch hier an der Grafik, ne, das ist ziemlich gestiegen seit dem 18. Upgrade, wo wir es, äh, um, ausgerollt haben, den Atlas-Upgrade, mittlerweile sind wir schon in Richtung 50%, die Entwicklung, ich gehe auch davon aus, dass es noch weiter geht, aber aktuell wird es ein bisschen langsamer und zwar, weil natürlich nichts mehr in dem Pool ist, ne, es gab, dieser Pool ist wie ein Puffer, ja, wo Leute, die nicht selber staken wollen, ihr Is reinstecken und dann bedienen sich diese Knotenbetreiber, die selbst nicht, ne, 32 Is aufbringen müssen, aber nur 8 Is, die bedienen sich aus diesem Pool, ja, um auf 32 zu kommen und dann, um nämlich ihre Node laufen zu lassen und, äh, das Interessante an der Stelle ist, ja, gestern kam eine Wahl um die Ecke, ja, und hat direkt auf einen Schlag vier KIs da hinein deponiert, ja, in diesen riesigen Pool und natürlich sehr viele, die in der Warteschlange standen, ja, bei diesen Node-Betreiber, die müssen ja natürlich in der Wartelangen stehen, wenn nicht genügend Is da sind, um die aufzustocken, dass die natürlich glücklich gemacht worden sind und, ähm, aber trotzdem haben wir aktuell noch fast 2500, ja, das ist die Warteschlange von Node-Betreiber, die nicht genügend Is haben, ja, um eine Node laufen zu lassen und gleichzeitig, ja, falls ihr Farming betreibt, so wie ich, in der Vollzeit, ist natürlich so, dass aktuell auf Arbitrum der R-Is, also der Rocket-Is, das ist deren gestekten Is, auch gelauncht ist bei Balancer, ja, und da bekommt man, wie ihr es hier unten seht, fast 18% aktueller Rendite, denkt dran, das ist nur davon abhängig, das kann man, da darauf zurückzuführen, dass in dem Pool wenig Geld drin, ne, da ist aktuell nicht mal eine Million drin, ich gehe davon aus, so ähnlich wie Optimism, ja, war es am Anfang auch 15, 16%, aber als der Pool, sag ich, auf 5 Millionen und 8 Millionen hoch war, war es dann nur noch mal 10 oder 9%, ich gehe auch davon aus, dass es hier, das sind einfach die wirtschaftlichen Verhältnisse, ja, die die Leute, die aktuell auch auf Beethoven, auf Optimism unterwegs sind, wenn die das hier sehen, werden die, so würde ich das auf jeden Fall machen, 1 zu 1 rüber migrieren, auf Abyschirm, macht ja überhaupt keinen Aufwand zusätzlich und einfach hier rein parken, das sind ja genau die gleichen Token, ja, auch REs gegen Gies und dann würde man hier einfach 18% abstauben, aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht noch eine Woche so läuft, aber über 10% und danach entsprechend der Poolgröße geringer sein wird. So, kommen wir zum nächsten, bei Uniswap, ja, ist ein kleines Update, ganz still und leise, ich habe das vorhin gar nicht mitgekriegt, ja, dass Uniswap da auch auf der rechten Seite ein eigenes Wallet umgesetzt haben, was ziemlich gut grafisch dargestellt ist und dort hat man unter, also Standard, wenig so ähnlich wie bei Metamask, statt am Anfang nur Token, auch anderen Sachen wie NFTs, weil Uniswap ist ja mittlerweile auch ein NFT Trading Marketplace und auch Pools, ja, mit Pools, wenn ihr da drauf geht, könnt ihr über alle Chains tatsächlich, nicht nur auf der aktuellen Chain, sondern über alle Chain, wie zum Beispiel bei mir hier, ja, auf Optimism und auf Arbitrum, sämtliche aktuellen Positionen, also Poolpositionen mit dem aktuellen Wert und ob die in der Range oder aus dem Range rausgefallen ist, sehen, auf einen Blick, ja, und das ist natürlich nochmal etwas abgespeckter, ich habe da erzählt, ja, dass ich so ein Revert-Final mittlerweile sehr, sehr oft nutze oder mehrmals am Tag, um meine Position zu beobachten, ähm, nochmal, äh, kompakter, auf eine einzige Seite, wenn ihr tatsächlich mit Uniswap, äh, unterwegs seid und ja, das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und kommen wir zum nächsten, ja, hier ist ein Artikel darüber, nämlich ein Research, tatsächlich, ja, sehr, sehr guter Artikel, kann ich euch empfehlen, von Paradigmen, die haben öfters mal solche Artikel, die komplett frei sind und natürlich sehr tiefen Research, aber sehr, sehr verständlich dargestellt wird, ja, von Paradigmen, nämlich über diese Geschichte, was vor zwei, drei Wochen war, dieser Validator, der diesen, ne, Sandwich Bots auseinandergenommen hatten, damals habe ich ja schon gesagt, ja, ist jemand ein Verbrecher oder, sag ich mal, schlechter Mensch, ja, wenn der andere schlechte Menschen auseinander nimmt, ne, die, die wiederum andere Menschen auseinander nehmen, das ist die Frage, ja, weil dieser Sandwich Bots, MEV, wird ja immer, ne, immer als, sag ich mal, bad actors in dem ganzen Ökosystem dargestellt und angesehen, weil die natürlich auch von den User Geld extrahieren, ja, und der Validator hat sich an der Stelle einmalig für 20 Millionen einfach, das war seine Einnahmen, diese Sandwich Bots auseinandergenommen und daran richtig fett verdient. Und der, lustigerweise, könnt ihr auf Twitter mal searchen, habe ich heute Morgen einen lustigen Artikel gelesen, der hat nämlich darauf bestanden, ja, dass er nicht so wie in der Community der Sandwich Ripper genannt wird, ja, sondern, dass er Low Carb Warrior genannt wird. Er bezieht sich natürlich, ne, auf das Fleischstück in dem Sandwich, ja, dass er praktisch dieses Fleischstück rausgenommen hat, also der Low Carb Warrior und hat auch nochmal sein Feedback dazu gegeben, äh, interessante Weise und, ja, lasse ich euch einfach da, ähm, kommen wir zum nächsten, wir haben Jim Cramer, ja, natürlich eine super bekannte Figur in den USA durch seine Präsenz im Fernsehen und in Medien und der hat natürlich, am 10.3., also vor circa zwei Monaten exakt gesagt, ja, das war da, wo die Krise mit Silicon Valley und so war, hat er gesagt, ah, die First Republic, die ist richtig stabil, ja, ihr braucht keinen Bankrunner und sowas da zu machen und jetzt ist es natürlich so, ja, wenn ihr euch mal die Chart von First Republic anguckt, die, die stürzte, ne, in den letzten Tagen nur ohne Ende ab, ja, das sieht man noch nicht mal bei uns, im Krypto, irgendein Meme-Coin oder Schick-Coin, ja, und, äh, die hat sogar gestern auch, ich glaube, 40% während der Börsenzeit abgestürzt und ist dann nach der Börse nochmal um 35% oder 40% abgestürzt, das ist mittlerweile fast bei einem Dollar angekommen, die war bei paar, bei paar mehreren 100 Dollar gewesen und, ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, dass man davon ausgeht, dass am Montag, wenn die wieder aufmachen, dann nicht mehr unter First Republic laufen, sondern unter der staatlichen, äh, ähm, dieser O-Put, ja, weil wenn natürlich die Banken nicht mehr schaffen, dann kommen die FDIC ins Spiel, ja, das ist die Bankensicherung und die übernimmt dann natürlich den kompletten Bank, also den sämtlichen Abläuf und wickelt es dann ab und, äh, und, äh, da muss man bedenken, ja, die haben vor sechs Wochen erst, ne, als die, die mit dem wackeligen, äh, den Beinen losgingen, ja, von den großen Banken, die haben da eigentlich gedacht, ah, na, wir werden nicht, ne, zusehen, wie die kleinen Banken alle umfallen, sondern wir werden die unterstützen, deswegen, ja, statt, ja, die Leute zu sagen, hey, ja, kommt zu uns mit eurem Geld, weil bei uns seid ihr sicher, werden wir tatsächlich selbst Geld aufbringen, ja, und zusammenbringen, um die Kleinen zu unterstützen, ja, und haben dort damals 30 Milliarden gesammelt, ja, um an der Stelle eben auch die, äh, diese First Republic zu unterstützen und selbst das hat nicht geholfen, ja, das heißt, die sind mehr oder weniger pleite und, äh, aber, ja, jetzt JP Morgan und, ähm, FN, PNC haben jetzt angekündigt, dass die auf jeden Fall rein Interesse haben, ja, die Bank komplett aufzukaufen, natürlich auch sämtlichen Kunden und Assets, wie die haben. Ja, also wir werden auf jeden Fall eine ziemliche Konsolidierung im gesamten, äh, US-Banken-Sektor sehen, weil die sind natürlich auch komplett überhäuft mit Banken, wie es da gibt und, ähm, das wird auf jeden Fall nochmal eine lustige Sache, ach, ganz zum Schluss nicht vergessen, der Jim Cramer hat auch gesagt, ne, jetzt, nachdem das klar ist, dass der, dass der First Republic nicht bestehen wird, halt, ja gut, das ist aber die allerletzte Bank, die er hat, damit ist die Bankenkrise komplett vorbei, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, also, könnt ihr euch aussuchen, ne, wo der liegen, richtig liegen könnte, ja, bei seinen Aussagen und wo der, ne, falsch liegen würde und, äh, die letzte Nachricht, nämlich das hier, gestern gesehen, ähm, ein, ein Projekt, was auch auf CK Sing gelauncht, ne, ich habe mir das CK Sing schon angeguckt, denkt dran, ähm, da wird natürlich auch sehr, sehr gehypt, da wegen dem AirDrop, der, ne, kommen wird und so weiter und so fort, aber erstens, ne, habe ich schon auch oft gesagt, der AirDrop wird nicht demnächst passieren, ja, das haben die auch selbst gesagt, das dauert ein Jahr, Pi mal Daumen, ja, bis der AirDrop kommt, bis dorthin, ja, wenn die alles beobachten und ich gehe davon aus, wenn die es schlau machen, werden die so ähnlich bei AirDrop, bei, von Arbitrum machen, dass man nicht nur, ja, indem man da zwei, drei Transaktionen macht, ja, und sich das dafür legitimiert, sondern, dass man da vielleicht nur ein Minimal, ja, eine Andeutung zu bekommen, wenn ihr tatsächlich viel absahnen wollt, so wie das bei Arbitrum auch gewesen ist, das war bei mir auch so, ja, weil ich eben auf Arbitrum viel unterwegs war, über, ne, über die ganze Zeit, habe ich eben sehr viel bei Arbitrum bekommen, ja, beim AirDrop, werden alle, ja, mehr oder weniger zukünftig so, so eine Schiene fahren, nämlich echte Engagement, also nicht nur AirDrop, Pharma, Ballon, sondern sowas machen, ja, wenn, wenn die das wirklich richtig machen würden, das heißt, ja, ich warte aktuell da ab, erstens die Chain aus meiner Sicht zu neu, dass da was wirklich Legitimis gibt und auch viel Kapital gibt und zweitens, die Projekte, die dort aktuell launchen, ich sehe da, ja, ich meine, da könnte vielleicht der ein oder andere, ja, so ähnlich wie Velo, ursprünglich auf Optimism gelauncht ist, ja, sich tatsächlich, zukünftig etablieren, aber, ich meine, welche von den 100 Projekte, die dort launchen, wird tatsächlich, ne, dieses eine sein, was tatsächlich am Ende gegen sich, gegen alle anderen behaupten wird, ich meine, da gibt es diese W33-Modelle, die alle launchen und das hier zwar auch, ja, das hat noch nicht mal das Produkt da, ja, das ist noch in Entwicklung und fängt jetzt schon mit dem Tokenverkauf an, ich meine, da kann man sich echt nur, ja, an den Kopf fassen und deswegen halte ich mich aktuell auch fern von ZK Singh, aber ich beobachte das, ja, was da dort Entwicklung ist, wir haben zwar auch einen, der deutschen YouTuber, der Philipp mit seinen Progressive Invest, das war ja auch eine der etwas höherwertigeren Kanäle, die ich auch selbst verfolge, ja, der ist vor allem bei diesem einen Stratum, ähm, auch, äh, dabei, aber, das sind auch keine Projekte, wo man von vornherein, vor allem bei diesen dünnen Liquidität, aber wenig Geld, was da aktuell ist, ja, sagen kann, okay, na, das wird gut ausgehen, vor allem, ja, das fällt auch noch an der Stelle mit diesem, äh, 0% Rebasing Modell, also praktisch kein 3-3 mehr, sondern nur noch VE, und, ja, ähm, ich werde es für euch weiterhin beobachten und auch entsprechend euch mit den News und auch mit den Researcher auf dem Laufenden halten und das war's, ah nein, nicht, nicht ganz, noch die lustigen Sachen am Ende, nicht, tages nicht vergessen, ich hab zwei Story auch bei mir gemacht, ja, während des IT Laufbands, ja, dieses Scrum Master und, äh, das ist natürlich immer diese Problematik, ne, wenn die Gruppe am Anfang des Tages, ja, zusammenkommt und alles nochmal bespricht, was so war, ja, und wo man aktuell steht, was, was jeder dran arbeitet und so weiter, dass es, ne, ganz schnell in die Länge ausatmen kann und deshalb haben die hier anscheinend so ein Modell gearbeitet, dass man praktisch körperlich sich einsetzen muss und dann, wenn es natürlich schnell müde wird, versucht natürlich jeder an der Stelle so schnell wie möglich mit den Sachen durchzukommen, ist da gar keine so schlechte Idee, finde ich, und das hier, ja, hab ich gesagt, ne, ist fast wie eine Visualisierung meiner Ease, Wrapped STIs, also das ist ja das, was ich aktuell am intensivsten farme, für den Fall, dass ihr bei uns auf dem Discord das verfolgt habt, ja, im E-Farming Kanal poste ich das dort regelmäßig und, äh, der Kleine, ne, das ist praktisch der Ease, ja, und der Große ist natürlich der Wrapped STIs und die beiden die Treppe hoch, die Treppe ist praktisch, wie diese Grafik oder Chart, wo, wo man drauf sieht, ja, die ist gegen STIs und das war es auch schon heute aus dem Crypto-Café tatsächlich, für euch mein Name ist G, ciao, ciao.